Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Ethan Meteor Hunter. Ich begrüße euch. Allerdings werde ich mir eine Zusammenfassung der letzten drei Parts einfach mal sparen. Ich hatte genug damit zu tun, meine Nerven wieder einzusammeln, die ich währenddessen quer durch den ganzen Raum geschrien, gebrüllt und fast schon geheult habe. Aber mittlerweile fühle ich mich mental wieder stark genug, um hier mal wieder reinzugucken in dieses Spiel. Habe auch, ja, einen kleinen Kaffee habe ich mir geholt mittlerweile und es sollte einfach jetzt auch wieder normal weitergehen. Tut mir leid, wenn ich die letzten drei Parts ein bisschen ausfällig wurde teilweise, also eher dem Spiel gegenüber. Das Spiel kann man gar nichts dafür. Das ist wunderbar, das macht richtig Laune. Aber diese eigene Dummheit, wie ich es noch erwähnt hatte, das tut einfach nur weh. Das tut so richtig, richtig weh. Aber, neuer Tag, neues Glück. Deshalb würde ich sagen, wir gucken uns die zweite Welt mal an, welche auch immer das sein möge. Das Sägewerk lassen wir mit Freude, mit purer Freude hinter uns. Die Wissenschaft des Kletterns, oh Gott. Ja, okay, hier, Welt hat offenbar keinen Namen, also noch nicht. Wahrscheinlich erst wieder beim Endboss. Ja, wir jagen unsere Nachbarn und dazu müssen wir wohl jetzt erstmal klettern. Das klingt nach Puzzle, Puzzle, Puzzle. Vielleicht bin ich mental doch noch nicht so weit. Okay. Ah, das sieht nach Strom aus. Könnte mich jetzt irren, aber... Ich glaube nicht, dass ich da drauf springen sollte. Und nein, ich werde jetzt nicht absichtlich drauf springen. Das wird wahrscheinlich auch so noch oft genug passieren. Oh mein, ja, Strom. Wunderbar. Ah, ich freue mich. Not. Ah, und Säure, natürlich. Ah! Okay. Ah, come on. Oh. Jesus. Ja. Okay. Alles gut. Noch. Ha. Wenigstens keinen Endboss. So. Äh. Moment mal. Ach, Pausefunktion habe ich keine. Kann ich dich schieben? Ach, kann ich. Sehr schön. Ah, okay. Wunderbar. Okay. Sehr schön. Gefällt mir. Ah, jetzt hat es eine Pausefunktion hier. Wahrscheinlich, weil ich hier... Ich kann sogar... Achso, ich muss das hochkant stellen. Ich glaube nicht, dass das hier so durchflutscht. Nope. Das ist mir schon. Okay. Dann eben. Hochkant. So. Ach, ist das entspannend. Wait. No, nein. No, 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 no. Oh, 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 oh. Okay, ich hätte wohl beide gebraucht. Scheiße. Ja. Blot. Ja, das passiert, wenn man zu entspannt an die Sache rangeht. Aber lieber so als anders, ganz ehrlich. Okay. Also, beide. Wir brauchen beide. Ja, das sieht schon besser aus. Ah, cool. Aber gefällt mir. Bislang. Ah, oh. Wow. War das knapp. Ach ja, natürlich Holz, ne? Kein Leiter. Ah, 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 ah. Okay. Warten, 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 warten. Springen. Alright. Alright. Okay. Oh, mei. Ah. Wow. Okay. Ja. Äh, ne, mittlerweile kennt man das Spiel ja auch schon, deshalb. Hm. Ja, ich komme jetzt sicher nicht rüber. Also, den Single-Jump jetzt hier, den schaffe ich mit Sicherheit nicht. Ich glaube, es ist besser, wir machen das so. Ja. War auf jeden Fall die bessere Idee. Okay, ein Checkpoint. Oh, da sind Trampolinen. Äh, wait. Ah, okay. So, wohin? Ähm. Okay. Ah. Dammit. Okay, das Ganze nochmal. Ah, okay. Ich hätte einfach nur wegspringen müssen. Äh. Okay. Nein. Okay, egal. Egal. Nichts passiert, wir warten. Genau. So. Ach, das war's schon. Okay. Okay. Schön, 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 schön. Ähm. Habe ich zweimal Pause eingesetzt? Ach, ich hätte wahrscheinlich von der anderen Seite noch rangekonnt an diesen Block. Und hätte den vielleicht sogar ziehen können. Oder war die Flamme da zu weit? Das weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich nicht mehr im Kopf. Egal, was soll's. Äh, ich würde sagen, ein Level gucke ich mir auch nochmal an. Ist doch kurz, äh, oder kürzer geworden, als ich gedacht hätte. Von daher, fliegender Ball. Aha. Okay. So, Moment mal. Also Holz ist kein Leiter, deshalb kommst du mal hier unten hin. Okay. Ah, da wird mir sogar angezeigt, ob es... Moment. Hm. Nee. Äh. Hm. Hm. Nee, komm. Ablegen. Ablegen. Hier hat's ja Schwerkraft, das heißt, das Ding wird ja runterfallen. Oder mir drunterfallen. Also das bringt mir eigentlich gar nicht zu. Dann doch eher... ...auf die Art wahrscheinlich. Nein. Falsches. Falscher Block. Ja, die Frage ist, es berührt ja wieder nicht. Da oben. Ach doch, okay. Da ist zwar meiner Meinung nach ein Spalt, aber offenbar ist das so. Okay, nee, dann... ...ich möchte mich nicht beschweren. Alles gut. Weiter im Text. Checkpoint, ja schon. Kennen wir schon. Behaupte ich jetzt, sagen wir mal. Oh. Oh. Hä? 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 Oh. Ja. Äh, so weit habe ich jetzt nicht vorher geguckt. Ehrlich gesagt. Ah. Dammit. Nein, 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 nein. Es muss auch schon eine Pause auch funktionieren. Come on. Ethan. Come on. Oh, wait. Wait, what? Ah shit Hier bringt mir das ja eigentlich Aua, 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 Aua Ja, da bräuchte ich doch zweimal Pause oder nicht? Oh shit Ja, wobei, ne, eigentlich Ach, verdammt Oh, my god Das fängt schon wieder gut an hier Das fängt schon wieder richtig, richtig gut an Natürlich macht es auch mehr Sinn Nach dem Sprung die Pause-Taste zu drücken Wenn ich sehe, dass ich Wieder auf dem Metall-Ding ins Glandet bin So zum Beispiel So, ich glaube Jetzt sollte ich schnell hier laufen Ah, nein Goddammit Ah, verdammt Ich dachte es mir noch Da habe ich einen neuen Haarschnitt bekommen Ich liebe dieses Spiel So blöd ich auch bin Und so wenig Skill ich auch Präsentieren kann Aber ich liebe dieses Spiel So Okay, jetzt sollte das Zumindest halbwegs passen Das hat doch beim ersten Mal auf Ne, beim ersten Mal nicht, aber Oh, ja Ethan Ich meine, wenn ich das jetzt hier ablege Dann rotiert das natürlich weiter Alter Alter Wow Wow Ja Zweites Level Ich glaube, da kommt noch Viel Spaß auf mich zu Oh, oh Ne, das sollte noch Sollte noch gehen Ich hasse dieses Spiel Wie schnell sich die Meinung doch ändern kann Oh, oh Das sieht auch wieder verdächtig aus Hör Nein Schneller Oh Mann Ich hätte dieses Spiel nie beginnen dürfen So wollte ich sagen So Jetzt warte mal Oh mein Gott Yes Finally Ich weiß gar nicht Wäre hier Käse gewesen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe gar keine Pause Denken Okay Alles klar Achso, ja Okay, das kennen wir ja schon Ach du Scheiße Ja, ich will das Fragment Ich will das Fragment Ja, wenn es mal wieder länger dauert, ne? Nein Ach Gott Verdammt Ja, aber schon Nö Nein Nein I refuse Nein Nein Da oben Nein Oh come on Das kann man doch nicht wissen Beim ersten Mal Boah, das ist knapp Das war auch schon wieder knapp Aha Jetzt aber So Irgendwie habe ich das Gefühl Da kommt irgendwas hinterher Ich rutsche lieber mal Ah, okay Ein Checkpoint Da muss man rüberkommen 100 pro Ja, aber nicht, wenn man zu früh weg springt Wow Dieses Spiel Mein Schatz Das war zu langsam Wieso bin ich da? Das ist langsam jetzt gewesen Schon wieder? Was ist denn jetzt los? Ich will das Fragment Ach, daneben die Ich komme ja nicht mehr runter, wenn ich es möchte Ach, damn it Kann sich nur um Stundenhang gehen Ach komm So, und jetzt weg hier Ah, ah Moment Ne, ne, ne Ja, ich weiß, da oben wäre ein Fragment Aber Pfff Verdammt Ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme Ich gebe es ja auch zu Manchmal bin ich schnell genug Manchmal nicht Und manchmal vergesse ich es zu springen Kann nicht funktionieren Zu langsam Tja Deja vu, deja vu Ach komm Holy crap Verdammte Axt Das kann doch nicht wahr sein Nö Komm Jetzt hier Das Ding ist so groß Verdammt Ey Wie schwer kann es sein So ein Nadelöhr zu hüppen Ich glaube es ja nicht Ich glaube es ja nicht Nein, nein, nein Come on, jetzt aber Ich wollte mal einen kürzeren Part machen Ah Finally Oh my Hey Ich Oh Aha Wenigstens das eine noch Gerne Rettung Mehr oder weniger Ja, das eine Fragment Das nervt mich Schade Also wenn ich es öfter noch versucht hätte Wahrscheinlich wäre ich irgendwann da rüber gekommen Aber wie gesagt Der Part ist schon wieder viel zu lange eigentlich Oder zumindest lange genug Ja, das soll es gewesen sein Mit dem fliegenden Ball Moment, fliegender Ball Hat er jetzt irgendwas mit Mein kurzer Gedäten Das ist wunderbar Das ist richtig gut Egal, sei es drum Liebe Leute Ich mache jetzt hier mal Schluss Ich hoffe ihr hattet Ein bisschen Spaß in dem Part Würde mich freuen Wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid Und bis dahin Wie immer Habt einen schönen Tag Habt eine schöne Zeit Macht's gut Und Ciao, ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.